Einen schönen Tag wünsche ich euch allen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, lange Zeit hat sie mit sich selbst gehadert, wusste nicht, warum sie kein richtiges Glück empfinden kann. Aber jetzt hat die Sängerin das Geheimnis ihres inneren Friedens gefunden. Andrea Berg sagt rührend unter Tränen, Zeit ist das schönste Geschenk. Was für eine tolle Erkenntnis. Sie sagt, wir fokussieren uns immer auf das Materielle, aber davon möchte sie jetzt Abstand nehmen. Sie hat ihre Prioritäten anders gesetzt und auch die Liebe ist wieder zu ihr zurückgekommen, erzählt die Sängerin heute. Manchmal muss man eben loslassen, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann, erklärt sie uns. Sie ist einfach glücklich, eine rührende Erkenntnis gefunden zu haben.